so leute gehts weiter ich habe mein fraps neu gestartet ich glaube gehts besser das ganze Unschrauben scheinst du ja nicht zu sein komm steh auf ja so du bist keine Herausforderung für mich ja eigentlich nicht wow er ist bald tot leute bald haben wir schon durch machen wir Eis blöde ist ah er hält das Feuer irgendwer nicht schon wieder maaaann so 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 und letzte wahrscheinlich Schuss mit Licht dann fahren wir eben schon ja jawoll ah der fuck scheiße egal ja 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 j ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es hat keinen Sinn, sich gegen mich zu wehren. Mein Gott, geht mir auf Piss, dieser F***ing Alp, nicht die Aufnahme, aber das Programm zu aufnehmen, geht mir auf Piss, weil mir ständig ist es zu, wenn die Fraps in einem Aufwärtig, auf einmal, gell, klar. Nein! Ja, toll. Wie soll der ihn besiegen? So, haben wir schon den Nächsten? Hm. Ja. 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 Ah So Ja, ich hasse das Warte, jetzt kann ich den Schaden machen Geil Endlich machen wir den Schaden So Hör auf damit, das ist doch Wahnsinn Weil er ist wahnsinnig Geh mit die Mitte Siehst du, wie die Schönheit der Zerstörung Das bedeutet das Ende der Welt, wie du sie kennst Die Filsternis hat dich verändert Merkst du das denn nicht? Wenn du die Welt vernichtest, zerstörst du auch dich selbst Ja, ich habe es soweit Du müsstest dich mal reden hören Das bist nicht du selbst Scheiße Ja, toll Wieso gerade jetzt? So Hier, endlich Es ist der Fluch Er ist zurück Wo ist deine Lichtmagie? Die Finsternis Sie ist viel stärker als das Licht Bald wird die ganze Welt in Finsternis versinken Die Finsternis Die Finsternis Die Finsternis Die Finsternis Halleschön Leute Herzlich willkommen wieder In der nächsten Folge Und ja Wir haben hier den Wolfi-Type besiegt Den Den Der Lichtfisch hat uns geholfen Immer am Anfang Es ist aus Duka halt Es ist erschienen Ja, mal sehen, was jetzt passiert Wir haben hier Verlust Die Die Gute Die 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 Sollt der langsam fertig sein, oder? Wird's geilster kommen? Ja klar. Alter, wie viel Seelen. Ja klar, wie viel Seelen ist. Ja klar, wie viel Seelen ist. Aber wie viel gibt es hier? Boah, Junge! Ja, ich weiß noch, ich skippe Link, schon wieder Hallo?